Die alten Kahunas aus Hawaii, die nutzten eine Technik, die ich dir gerne zeigen möchte. Ich habe die selber in meinem Leben angewandt und es funktioniert sehr gut. Du nimmst ein Blatt Papier und du schreibst auf dieses Blatt Papier deine Wünsche auf. Und zwar sehr, sehr bildlich, sehr, sehr farbenfroh, sehr, sehr sprühend, sehr, sehr positiv. Du nimmst dann dieses kleine Stückchen Papier und du liest deinen Wunsch dreimal laut vor. Und zwar richtig über dein Herz, voller Freude und Enthusiasmus. Und dann geht dieses Frequenzfeld nach oben zu deinem höheren Selbst. Du stellst dir vor, hier oben am Kopf ist ja dein Kronenchakra. Das öffnet sich und du stellst dir einfach bildlich vor, wie so ein Springbrunnen nach oben geht und das nach oben sprüht und funkelt und spritzt. Und wie du dich freust, dass dieses Erlebnis, dieser Wunsch sich in Wirklichkeit verwandelt. Also du brauchst sehr, sehr stark deine Manifestationskraft und deine Vorstellungskraft. Und dann fühlst du, wie es zu deinem höheren Selbst geht und dann brauchst du nichts mehr tun. Einfach loslassen und diese Frequenz wird dein höheres Selbst in dein Leben umsetzen.